Das Team der Kleintierpraxis Lunsen in der Achimer Landstraße 13 in Tedinghausen-Lunsen nimmt sich Zeit. Für Sie und unseren Patienten. Die Tierärztin Christina Fach und das erfahrene und gut ausgebildete Praxisteam legen besonders großen Wert auf eine umfassende Beratung, sinnvolle Vorsorgemaßnahmen und erprobte Diagnostik. Die Kleintierpraxis Lunsen bietet für alle Tiere, von der Maus bis zum Hund, das gesamte Spektrum moderner Kleintiermedizin. Dazu gehören selbstverständlich umfangreiche Beratung, Vorsorge, Diagnostik, Therapie und Notfallversorgung. Darüber hinaus verfügt die Praxis über einen Hohl- und Bringservice. Bei Bedarf ist auch die stationäre Unterbringung, zum Beispiel als postoperative Maßnahme möglich. Bei uns bekommt Ihr Liebling in jedem Fall die richtige Behandlung. Als Tierbesitzerin weiß ich um die schöne Verantwortung, die man für sein Haustier trägt. Es vertraut einem und man möchte nur sein Bestes. Wir als Team der Kleintierpraxis Lunsen helfen Ihnen gerne, diese schöne Verantwortung mitzutragen. Das leisten wir mit hoher fachlicher Kompetenz, herzlicher Zuwendung und dem richtigen Maß an gesunder Tierliebe. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!